Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 mit Middenmark. Wir suchen Diesel. Dadurch, dass wir ein neues Safe Game gemacht haben, habe ich jetzt noch keinen Diesel. Und ich bräuchte ein bisschen Diesel zumindest, also 10.000 Litern wären schon nicht schlecht. Dann könnte ich nämlich erstmal meine Produktion mit meiner Heutrocknungsanlage wieder befüttern. Und ich hoffe ja, dass wir da vorne an der Rahl-Tankstelle jetzt gleich ein bisschen Diesel bekommen. Nicht viel, nur so ein bisschen. Das wird ja schon mal erstmal reichen. Also so 10.000 Liter würden erstmal reichen. Ich müsste auch bald meine Maschine, meinen Fuhrpark wieder tanken. Ich denke mal, der Drescher, wenn der die Runde durch hat, ist ja auch wohl halb leer, denke ich mal. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich da ranfahren kann an der Zapfsäule und einfach mal lasse man volllaufen, so in etwa. Ich hoffe jetzt einfach mal. Das hat schon mal funktioniert. Oh, das funktioniert auch. Diesel. Oh, hallo Tag, hallo Tag. Dieser 1.14 Liter. Teuer, teuer, teuer. Ach, du ahnst nicht. Viel zu teuer alles. Nutzen wir mal, um die Zeit zum tanken. Also ich würde ja ganz gerne so 15.000 Liter mitnehmen. Einfach nur, um 10.000 Liter in die Heutrocknungsanlage zu schmeißen und 5.000 Liter auf dem Hof stehen zu haben. Dass wir nach der Saison erstmal unseren Fuhrpark wieder tanken können. So wie, vor allem gleich, wenn hier, hier kommt ja alles runter. Hier wird es ja richtig geackert gleich. Also hier geht es nachher noch richtig ab wie Schmitz Katze. Ich denke mal, dass wir heute auch noch einige sehen werden, was heute so passiert. Ich glaube, 15.000 Liter ist eine gute Entscheidung. Weil, wenn wir gleich mit den Erdarbeiten anfangen, also ich denke mal übermorgen... Ach, Entschuldigung, dann geht das hier auf jeden Fall wieder runter. Dann müssen wir eben mal ein Feld Raps ansäen. Weil wir... Irgendwo muss ja unser ganzes Produkt ja hin. Dann werde ich dann gleich noch eben... Obwohl, das könnten wir eigentlich auch schon mal einfach Kurse einfahren. Weil ich eigentlich den New Holland gleich noch... Brauche ich den gleich noch? Eigentlich nicht, glaube ich. Ja, vielleicht fahren wir gleich selbst noch mal ein bisschen Weizen in die Mehlproduktion. Obwohl, das landet gerade im Lager. Das ist jetzt auch nicht so spannend. So, wir haben 10.000 Euro für diesel ausgegeben. Aber ich würde ganz gerne noch ein bisschen was mitnehmen, weil ich weiß, der Drescher, da geht ein Tausender rein. Fangen wir mit den Treckern an. Hier in dem gehen 600 rein. Die anderen Stepper, die jetzt alle unterwegs sind, das gefristet was. Also der Drescher, der Häcksler... Ähm... Da könnte wohl, denke ich mal, richtig gut was abgehen. So... 14.190 Euro Kosten Kraftstoff. Der 620 Steckdumpverkehr fest und der Puma Steckdumpverkehr fest. Schön. Hier ist jetzt ja unser... Eigentlich hätte der erst in der Mitte machen müssen und dann zweimal drum herum ziehen. Hm. Egal. Wir müssen jetzt gleich mal mal gucken, was der Johnny und der Puma haben. Wo ist denn was drin? Mit dem Puma ist was drin und der Johnny ist leer. Ach schon. Der Johnny hat... Hat der Johnny den Ladewagen hinter? Häckselt der mit dem Ladewagen? Oder häckselt der innen den Ladewagen, eher gesagt? Ja, der ist voll. Ich... Aber ne, fahren wir jetzt manuell weg. Dann können wir den ja noch sofort in die Mehlproduktion kippen. Lexion... Äh, Lexion... Den TGS müssen wir da auch noch mit voll machen. Der braucht nochmal eine Rutsche Paletten. Das kippen wir jetzt sofort in die Mehlproduktion. Hätten wir nicht grad schon machen können. Einfach wieder wegschicken. Egal. Ich überlege noch, ob ich den Kurs vom Fendt ändere. Oder ich lösche den Kurs gleich. Ne, den brauche ich ja noch zum Einfahren. Weil eigentlich ist es cooler, wenn der erst zweimal außen drumherum fahren würde. Äh, wenn er erst die mittleren Bahn macht. Und dann am Ende. Weil dann zieht der nämlich auch drumherum schöne Linien. Und das ist ja im Endeffekt die Hauptsache. Gucken wir uns das Spektakel mal mal an. Das Problem ist, der ist so gut wie fertig. Weil sieht halt nicht schön aus. Der müsste halt am Ende noch zwei Runden fahren. Eigentlich. Weil da muss ja auch ein bisschen was nach aussehen. Ändern wir das nochmal. Können wir aber erst dann nächstes Mal machen. Oder ich bin richtig. Den Kurs brauche ich jetzt ja eh. Für die... Für den... Erntekurs... Für den Abfahrkurs. Das Problem ist, ich habe keine Anhänger über eigentlich. Jedenfalls nicht so richtig. Weil rein theoretisch müssten wir nämlich tauschen. Der, der hier dran ist, muss an den Case. Der Fendt kriegt den Fendt-Ladewagen. Und hier muss gleich auch schon eigentlich Daniel Holland drauf. Äh, Stroh fahren. Eigentlich, dieopraktisch zumindest schon. Aber ja. Der Fendt kriegt den Fendt, der gleich in der Wagen geworden. Äh... Ich fahre gleich alle ineinander nachher. Ich habe es mir gedacht. Steckt im Verkehr fest. Steckt im Verkehr fest. Diese Affe. Warum fährt der denn da rein jetzt? Das hat gar keinen Grund. Er hat doch noch einen Fahrer. Das ist doch gar kein Ack. Fahrer hinter Traktor. Ja, macht das. Fahren wir damit schon mal zum Hof. Tauschen den schon mal, dass der wieder am Hof steht. Weil damit muss der jetzt gleich Maishexe nützt. Halt nix. Weil ich gleich die Ladewagen brauche. Und die mit Maishexe wird auch noch ein bisschen dauern. Aber hier muss gleich schon das Garage eingeschammelt werden. Müssen wir mal eben umbauen. Das heißt, hier abladen. Und den Anhänger. Darum habe ich aktuell zwar nix, was aus dem Lager geht. Aber ist auch erstmal uninteressant. Weil so viel Lagerfläche haben wir jetzt ja auch nicht. Oder haben wir zwar schon. Aber das brauchen wir jetzt ja nicht. Erstmal. So. Wir fangen mal auf die Zentifor. Ja. Dann stellen wir den hier vorhin. Tauschen das schon mal mit dem. Dann tauschen wir jetzt gleich den Puma mit dem. So. Dann kriegt der jetzt zum Abfahren den kleinen. Auf ein kleines Aubertrieben. Dann gehen auch drei, zwei Ladungen rein vom Drescher. Das reicht ja auch eigentlich. Zack. Dann geht der schon mal wieder aufs Feld. Wie weit ist denn der Puma noch am Vollmachen? Setzen wir den schon mal wieder hier drauf. Drescher abtanken und abfahren. Dann nimmst du bitte einmal in den. So. Ich brauche jetzt... Die ist noch gar nicht so weit. Der steht ja voll. Ich brauche mir jetzt gleich den Ladewagen. Oh. Oh. Die geht hier auch nicht mehr rein. Ich brauche jetzt gerne mal her. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Speichern. 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 Läuft. So, womit beschäftigen wir uns als nächstes hiermit, oder? Der Kurs gefällt mir gar nicht. Wir machen den Kurs neu, und zwar, auch wenn er es jetzt schon mal geschwadert hat, wird er so laufen, dass er erst die inneren Bahnen zieht und dann am Ende zweimal außen drumherum. Dafür werde ich den Kurs jetzt nur einprogrammieren, dann fährt er halt nächste Folge nochmal einmal den ganzen Kram hier, aber dann sieht das schön aus. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder, weitere Folge Nordfrischemarsch. Bis dann, danke, tschüss.